Das Mädchen mit den Schwefelhölzern Es war entsetzlich kalt. Es schneite und es begann dunkel zu werden. Es war der letzte Abend des Jahres. In dieser Kälte und Dunkelheit ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen, ohne Mütze und mit nackten Füßen. Als es das Haus verließ, hatte es noch Pantoffeln angehabt. Aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln, die seine Mutter bisher getragen hatte, so groß waren sie. Und die Kleine verlor sie, als sie über die Straße huschte, weil zwei Wagen schrecklich schnell vorüberrollten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, mit dem anderen lief ein Junge fort. Er sagte, er könne ihn als Wiege gebrauchen, wenn er selbst Kinder hätte. Da ging nun das kleine Mädchen auf nackten kleinen Füßen, die rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze trug es eine Menge Schwefelhölzchen und ein Bund davon in der Hand. Niemand hatte ihm den ganzen langen Tag etwas abgekauft, niemand hatte ihm einen kleinen Schilling geschenkt. Hungrig und verfroren war es und sah so verschüchtert aus, das arme kleine Mädchen. Die Schneeflocken bedeckten sein langes blondes Haar, das sich so hübsch im Nacken lockte, aber daran dachte es freilich nicht. Aus allen Fenstern glänzten die Lichter und es roch in der Straße herrlich nach Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend und daran dachte es. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, setzte es sich hin und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte es an sich gezogen, aber es froher noch mehr und nach Hause zu gehen, wagte es nicht. Es hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und nicht einen einzigen Schilling bekommen. Der Vater würde es schlagen. Kalt war es zu Hause auch. Über sich hatten sie nur das Dach, durch das der Wind pfiff, wenn auch die größten Spalten mit Stroh und Lumpen zugestopft waren. Die kleinen Hände waren beinahe vor Kälte erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen konnte wohl guttun, wenn es nur ein einziges aus dem Bund herausziehen, an die Wand streichen und sich die Finger erwärmen dürfte. Es zog eins heraus. Ritsch! Wie sprühte, wie brannte es. Es war eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als es die Hände darüber hielt. Es war ein wunderbares Licht. Es schien dem kleinen Mädchen, als säße es vor einem großen, eisernen Ofen mit blanken Messingkugeln und einer Messingtrommel. Das Feuer brannte so schön und wärmte so gut. Das kleine Mädchen streckte schon die Füße aus, um auch sie zu wärmen. Da erlosch die Flamme und der Ofen verschwand. Es hatte nur den kleinen Rest des abgebrannten Schwefelhölzchens in der Hand.